Hallo, ich bin der Tobi aus Eschweiler und ich gewinne heute die Challenge, weil ich sehr stressresistent bin und leer mir einfach gar nichts ausmacht. Hi, ich bin Jenny aus der 100,5 Radio WG und ich glaube Störschall höre ich jeden Morgen von Murat, wie er in sein Brötchen beißt und Christian, wie er die ganze Zeit an der Kaffeekanne ist. Also ich glaube, ich bin da ganz gut stressresistent. Drei, zwei, eins und auf geht's. Oh Gott, das klingt so akkidemierig ab, hat zu mir. Alter, ah, Tafelgeräusche. Ich hab Gänsehaut, falls das jemand sieht. Ach du Scheiße, Nähchenziele und Ton. Ich hasse, dass sie jetzt schon hinkommen. Ich glaube, das gibt's nen Ohrwurm. Das ist schon besser auszuhalten. Der Terrorfrosch von Crazyfrosch. Au, Helmer Simpson. Oh, ich hab's. Ah, 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 tzing-tscheng, walla-walla-bing-bang. Uh, ii. Ah, 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 tzing-tscheng, walla-walla-bing-bang. Ey. Tzing-tcheng, walla-walla-bing-bang. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr tragen. Solltest du nach dem SDS-Casting an. Du bist du mein Sonnenge. Wie hießen die noch mal, diese drei Jungs? Grupp-Täckern war das doch, oder? Grupp-Täckern? Oder... Oh, krass. Nienchens Lied wieder. Also, wer das von euch hier irgendwie zusammengemischt hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja Ostern-related oder so. Oh, die gute ICQ-Zeit. Ich hieß früher Mini-Maus. Ich finde das ein bisschen verstörend, wenn die ganze Zeit so ein Mann in meinem Ohr hechelt. Ich finde das ja auch ein bisschen mehr zu sein. Aber ich weiß nicht, wie man das zu tun hat. Ich weiß nicht, wie man das zu tun hat. Wie ist das denn? Ich weiß nicht, wie man das zu tun hat. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas abnehmen darf. Ja. Nimm ab. Ja, nimm. Oh mein Gott. Die 1000 Euro Challenge. Nur auf 100,5 das Hitradio.